Oh verdammt! Au! Wooo! Diese Köter! I sea! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Far Cry 3 Und, was soll man dazu sagen? Klamm. Äh, nee, Quatsch. Klippen-Diving. Ohhhh. Ja, das kann ich. Oh, da geht's auch irgendwo lang. Hm, ah, dann kann man wieder nach oben. Gut zu wissen. Ah. 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 Ah, so. Ah. Okay. Das guck ich mir später an. Oh. Was ist das denn? Oh. Relikt? Einfach mal so ein Relikt gefunden. Auch nicht schlecht. Wildschwein. Da hinten geht's sogar noch weiter. Alter Schwäle. Und da geht's nach oben. Hm. Hochklettern. Ah. Soll ich da wirklich nach oben, wenn da sowas liegt? Natürlich. Freiheit. Aber hier wollen wir nicht lang. Oh. 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 Äh. Ja. Nee, 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 Leute. Da springe ich nicht runter. Okay. Okay. Wird das auch erledigt? Dann gehen wir mal in das Grab. Äh. Da. Hü. Ja, das sah wieder komisch aus. Markiere Feinde aus der Ferne mit der Kamera. Und behalte so im Kampf den Überblick. Ich glaube, den Überblick behalte ich ja auch ziemlich gut. Ah. Sind da Spinnenweben? Nein. Oh, oh. Pelze. Ah. Die Jadefigur. Oh, die Jade ist bestimmt wertvoll. Was? 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 Die schon wieder? Kann nicht sein. Was machen die alle hier? Hat Bhakti etwa geschickt? Mann, ich bin auf unseren Anteil gespannt, wenn wir das halbwenden. Ich brauche E-Kon. Aber hallo. Die einheimischen Ausgaben losen. Die Einheit der Richtigkeit. Auch ein Teil. Die Schlücker sind auf die reinste Fahrzeugwendung. Los. Was macht's natürlich trotzdem? Bisschen Aufwechslung. Und jetzt die hier. Oh, verdammt. Au. Wiese Köter. Au. Äh, nein. Nicht heute. Au. Ja, das ist so eine Verbrauch. Genau. Nein. Nein. Was? Wieso wollten die da sprengen? Der kommt jetzt hier hin und ich habe keine Möglichkeit, außer war ich... Oh, nein. Das war so klar, ey. Aber auch nur wegen diesem bekloppten... Weh, was ich vergessen habe zu drücken. Nochmal. Und diesmal professioneller. Aufheben. Jade-Figur. Begräbnisurne. Das ist wahrscheinlich nicht so viel wert wie Jade. Ah, das schafft man nochmal. Was machen die alle hier? Hat Bug die etwa geschickt? Mann, ich bin ja von seinen Anzeigen gespannt. Wer wird das halbfest? Ich brauche nicht ohne. Ah, hallo. Die Einheimischen ausrauben. Los, die haben wir doch richtig. Ja, ich soll. Hü. So, jetzt aber. Und jetzt du. Dort sind die miesen Köter. Wie? Nein, wie? Ehrlich, wie? So. Den kann ich ab. Den schaffe ich. Den schaffe ich schon. Hü. Boom. Oh, verdammt. Oh, scheiße. Hat der da gerade... Ah. Gott, verdammt. Granate. Wieso Modokartoff? Wieso Modokartoff? Nein. 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 Moment. Moment. Ja. Noch verschwunden. Und brenne. Oh, nicht ich. Gut. Oh ja. Geschafft. Smartphone. Gut. Gut. Zu wissen. So. Die Tür wollte ich brauchen machen. Ich weiß nicht, wie wir das kommen. Krass. Na? Verdammt. Mann. Ich dachte, das wäre ein Double Kill. So. Wo ist denn der andere Drecksköter? Ach, da. Und auch du wirst gehäutert. Ohne Animation diesmal. Verstehe. Scheiße. Mann. Ich guck mal eben kurz nach, was man hier herstellen kann. Jetzt mit dem Hundefell. Erstmal spritzen. Oh. Ah. Spritzentasche. Robuste Spritzentasche. Leopardenfell brauchen wir. Das mag ich nicht. Nein. So. Wurfgeschosse. Nein. Hirschfell. Sprengwaffen. Bla, 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 bla. Auch nicht. No. Brennstoffgürtel. Alles klar. Gut zu wissen. Keine Panik. Na, ist bestimmt nichts. Und. Ah. Bye. Bye. Fuck. Was? Alles wird gut. Okay, die Schweine. Hier hat gerade jemand fuck gerufen. Ich finde dich. Und dann ist das Letzte. Ich knall euch ab, wie ihr meinen könnt. Ah. Ah. Wow. Gut ausgewichen. Nee, nee, nee. So nicht, mein Freund. Jetzt weiß ich, was ihr meint mit den... Hol dir das Gewehr. Das ist ja übertrieben. Ist ja immer One-Hit. Also. Ein bisschen mehr Munition wird echt nicht schaden. Hallo, Muni. Alter. Miet-Pfeife. Oder Meth-Pfeife. Christa-Meth. So ein Scheißzeug. Oh mein Gott. Oh. 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 Okay. Von oben. Unter. Oh. Oh. Hübser! Burn in hell, bitches! So, ich hab, äh... Aua! Oh! Oh! Alter! Wow! Alter! Oh! Welcher Sack? Oh Gott! Eins! Hab ich ihn! Sehr schön! Gut! Aber wirklich, die zu plündern, lohnt sich ja auch nicht! Oder? Oh! Die muss auf jeden Fall was wert sein! Jemand die Schlüssel! Oh! Wo bist du? Überraschung! Ich hab da ein ganz böses Ding für dich! Was kann Munition mehr besitzen? Und... Wo bist du? Der andere... Da war doch noch einer! Ach ja! Ja! Muni, 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 Muni! Muni! Und du? Okay, dann ist Marke... Hüpp! Ey! Hüpp! Muni, 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 Muni. Kein mal, Nagetierkopf! Rrrrr! Rrrr! Schau mir ab, wer gibt das Foto, ey! Und du? Materie! Der wartet immer noch ums Eck. Wenn ich mir sehe. Oh, na ja, den Weg kannst du wegrallen. Ich gehe den Weg jetzt entlang. Ich habe nämlich doch Geld gesehen. Geld ist wichtig. Jawoll. Gut. Ungefähr. Fast 30 Dollar. Besser als gar nichts. Und du? Noch eine LCD-Armbanduhr. Moment mal. Ach, sie sind schon tot. Auch nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, von was die getötet worden sind. Aber das ist mir eigentlich auch egal. Oh ja. Genau das habe ich gebaut. Benutze das Gerüst um das heiße Wasser zu erreichen. Hey. Eine Schutzweste. Die haben eine Schutzweste? Okay. Hm. Ist jetzt schon wieder Kletter-Action gefragt hier oder was? Äh. Scheint so. Äh. Scheint so. gut aufs Gewicht. Na gut, dann hält dein Schienenbein. Aua. Das wäre jetzt krass wenn er noch am Boden liegen würde. Das ging ja in Parkway 2. Äh. Da hat man jemanden ins Bein geschossen. Dann lag er am Boden. Schweint. Und knitzelnd. Und meistens kamen Kollegen da, die ihn retten wollten. Und dann hat man ihn währenddessen auch gekillt. Wie kommt der denn hier? Denerbrieftasche, die wir natürlich nicht benutzen können. Das ist nichts was. Alter Schwede. Nein. Die Munition hat nicht gereicht dafür. Wollt ihr mich verarschen? Ah. Hier kommt er. Okay. Jawoll. Okay. So Leute. Aber die Zeit ist auch wieder vorbei. Und ich sag. Hause. Bis zur nächsten Folge. ora. ARD Text im Auftrag von Funk